Ich hoffe, sie fragt mich nicht nach meiner Note. Gullulu, hast du die Mathearbeit zurück? Nee. Ach ja, was ist das hier? Ne Wächs, Gullulu. Das war ja wieder klar. Ja, aber die Arbeit ist generell auch sehr schlecht ausgefallen. Das ist mein Latte Macchiato, was die anderen haben. Äh, was hat denn der Hans Heinrich? Hä, ich dachte, ihr ist das egal. Was hat der Hans Heinrich? Der hat ein 1+. Gullulu!